Applaus Das war Swiss-Germain. Enjoy the afternoon! Applaus In the the beginning of the show, the community for the performance of your boss, Your Fires. Applaus 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 eine fantastische Parade an der Mannhofstraße, wundervolle Konzerts in der Stadt Sürik, und eine große Musikspartei letzte Nacht hier in der Hallenstraße. Ich möchte Ihnen sehr vielen Dank, dass Sie hier waren, bei unserem Festival hier in der Stadt Sürik. Bitte geben Sie einen großen Applaus für unsere 550 Wollonteers. Ich möchte Ihnen sehr vielen Dank an meine Sekretärin, Debra, Annemar, die wirklich großartig, großartig hier für dieses Festival. Meine ganze Team ist glücklich, und herzlich willkommen Sie in der 7. 7. Royal Views Music Festival, hier in Sürik, in 5, 6 oder 7 Jahren. So, und jetzt ist die Zeit. Let's start the awards ceremony! Vanity! Malin! 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 We spectern! In San Francisco! Frances Danke, Otto! Und dieses Weekend, ladies and gentlemen, let's start with the Award Ceremony. Now, mit der RAM-Verköntigung. Als erstes bitte ich zu mir für die Gruppe 1 zu vergeben in drei Gruppen-Kategorien. Und ich kann euch sagen, diese Awards haben ja schon viele gesehen, aber sie sind wirklich sensationell schön. Ein solcher Erinnerungs-Award-Pokal bekommt jede Formation und dann gibt es einen Special Award mit den Bronzen-, Silbernen- oder Gold-Auszeichnungen zusätzlich dazu. Zechrippe und dann gibt es einen Applaus und dann sind wir Musik 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 Yes, thank you mostly. And thank you ladies and gentlemen. Wir beginnen hier in dieser Ecke bei Kreuzlinge und bei den anderen Gästen, die wir alle sind vereint, das ganze alte Stadion geguckt hat, die ganze Hälfte gekommen. Schau, du Musikzülle, deinen Alihab, aber du, auch Japaner, our guests from Japan, from China, from Estonia, from Kuwait. Schau, everybody, three, two, one, huuuey! Bitte durch, das ganze Zeit der Freude! Kommt ihr hier mit, was du gut sehen? Huuey! Auf jeden Fall haben wir uns. Ja, bringen wir sie zu Ende. Huue, huue, huue! Huue, huue! Wahrscheinlich gäbe es dieses professionelle OK nicht ohne, dass dieser Herr seine Fehler im Spiel hatte. Er hatte die letzten zwei Jahre ununterbrochen, fast hauptberuflich für diesen Anlass hier gearbeitet. Er war verantwortlich für die Eröffnungsshow am Freitag, choreografisch, inhaltlich, organisatorisch. Er hat immense Stunden gearbeitet und er hat heute Geburtstag. Gott sei Dank alsohi. Er wird 36, zum Jörner König! Vielen Dank. dass wir heute hier da sind. Und du gibst den Abteil weiter schon. Siegt? 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 Happy Birthday. Und wir haben ein Geschenk für dich. Ihr habt es von der Co-Fisserie, die man ganz gut kennt in der Stadt. Die leckersten Schokolade. Schokolade drin, die heisst die Number One. Und bei uns bist du die Number One. Weil man braucht einen Ober-Eins, das unter zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, bis wahrscheinlich drei hundertfünfzig hinter dir abgezogen haben für dieses Fest. Das ist dein Applaus und dein Geburtstag. Und wir sehen uns in frühestens fünf Jahren. Schau und grüß! Bis in fünf Jahren. Auf Wiedersehen! Viele, die Herren! Viele, die Herren! Wir sehen uns IN deinem milliseconds! Aber da ist die Tee, wenn du da bist- Meine Sieke Meinung nach aber schon gehört, unsere can Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020